Körper, was ist denn so? Das waren die besten Pflanzen. Du suchst doch schon wieder raus. Ich, ja? Nein. Ich seh's wohl, Fabi. Wow. Wir fahren jetzt nach Wetzlar. Fabi, wir laufen, es haben alle keine wirklich mehr. Ja. Hi. Wir sind hier gerade im Wetzlar am Abendhof, wo man ihn hier sehen kann. Wir essen gleich. Ja, bestimmt. Da ist die Deutsche Bahn. Und da ist das Gott. Boah, Alter. Der macht T-Post. Wahnsinn! Ich wollte gerade ein Foto machen. Alter. Mitten im Land. So, Paul, wo befinden wir uns gerade? Ja, wir befinden uns gerade hier am Forum. Ja? Und wir machen jetzt gleich so eine Stadtführung. Hey! So eine Stadtführung? Wo gehen wir denn hin? In Schlotterhaus. Und in die Altstadt. Und ins Goethehaus. Und ins Goethehaus. Hör auf, weil mich ranzusummt. Boah, das passt sich auf die Kamera. Ja. 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 Ich hab dem Urlaub schon wieder die Kamera geklaut. Denk ich mal eine Kamera wieder? Nee. Ich bin gar nicht überbelichtet oder so. Nee. Hey! 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 Oh ja! Oh! Oh! What happened? So falsch! Das ist ein scheiß Weg. Bist du schon au... Hallo! Bist du schon aufgelegt? Oh! Was? Nee, eigentlich nicht. Ich hab überhaupt keinen Bock auf diesen Typen mit der Stadtführung. Weil ich hasse Menschen. Und du, Paul? Find ich auch gut. Hahahaha. Nein! Wie das Auto hat's. Geile Toile. Ey, das Auto ist geil. Das sagt nichts. Oh, geil. Das ist cool. Jetzt müssen gequält werden. Na dann. Ja. Da unten gibt's ja fast. Ah, nee. Ey! Arschloch! Das ist geil. Das ist geil. Ja, Paul, wir gehen jetzt rein. Schön. Schön. Oh ja. Hallo. Das ist geil. 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 Das hier muss auf jeden Fall rein. Oh! Ach, schade. Was? Oh! Der Wacklaut. Das ist geil jetzt. Oh, mein Gott. Wie geht's dir rein? Ich bin leicht eingeengt. Alter, Dieter. Mir fehlt so fett für die Gänge. Ich hab mich angst, hat das Muster gestützt bei dir. Das Haus stützt? Boah. Das ist alles Holz, Alter. Ich glaub, wenn du da reinfällst, dann bist du weg. Alter. Jo. Boden früher. Da sind die Leute reingehoben. Oh! Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich hab das. Ich hab das verworstet. Ich will die Pistole sehen. Oh, mein Gott. Du warst. Ey! Oh, was der Risse drinnen schreibt? Sein wohl müde ich, wenn sie da! Sind das die Originalschriften? Warte. Schön fett ranzoben. Ich kann es immer noch nicht lesen, was ich hier schreiben kann. Wir waren in Köln und wir haben ein Klassenfoto vom Kölner Dom gemacht. Das war so eine Chinesin, da habe ich auch so ein Bild von uns gemacht. Wir gehen ins Lotte Haus! Lotte! Gibt es hier einen Fahrstuhl drin? Willst du hier mal mit dem Fahrstuhl fahren? Ja, Paulus auch. Das ist der Kloppfisch, das ist der Skyplayer. Hier? Aha! Hallo! Paul, wir waren gerade im Russen-Gärtchen. Ganz schön fett, der Junge. Ja, wir waren gerade schon Russen-Gärtchen. Russen-Gärtchen, war interessant! Und Kloppy, wie finden Sie hier auf dem Weihnachtsmarkt? Gemütlich! Gemütlich? Ja, gib mal ein Statement. Gemütlich! Hi! Ich will einfach fressen. Ich bin mir egal. Ja, ich bin... Los! Schöne Maschine! Los! Schöne Schleichwerbung an den A-C-I-T-V. Ja! Ja! Nee, hier ist nicht so geil. Es ist arschkalt und ich will lieber ins Verordnungen. Dito! Was denn? Oh, das ist so schlimm. Was halten Sie vor Weihnachtsmarkt? Langweilig und arschkalt. Ey! Weiter, weiter! Ey! Mal gucken, welche Blatt sind auf dem... Quatsch, aber selbst! Er hat es kaputt gemacht. Aus Brust. Ey, ist das... Du gehalt dich! Nein, du konntest nicht machen! Ja! Das ist ein Video. Ich bin der Trailer. Viel Spaß, Eva-Maria Braumann. Von 17 bis 21 Uhr. Für diese Skulptur. Dann wird das Muskel verbessert werden, dass der Böffel funktioniert. Die Frage ist, wer reserviert sich? Wie in den Tisch. Von 17 bis 21 Uhr. Alter! Mach weiter weg, mach weiter weg. Oh! Oh. Hi! Kein dritt! Hallo! Nein, was war's? Oh, ich bin der Typ! Oh, ich bin der Typ! Oh, ich kann's nicht machen! Hallo! 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 Samo Motorrad! Paul, wo gehen wir jetzt hin? Ja, wir gehen jetzt zum Bahnhof, wo das Forum auch ist. Ja. Und ich hoffe, dass es war... Bitte? Ich hoffe, dass es warm ist. Und was machen wir dann? Wo gehen wir dann rein? Ja, in die Nordsee. Und zum Media Markt. Und ins Forum. Und ins Forum. Wo die ganze Scheiße drin ist. Und auf jeden Fall ins H&M. Paul, wir sind ja im Forum. Was kannst du zu dieser Situation sagen, in der wir uns gerade befinden? Ja, sieht sehr weihnachtlich aus. Guckt euch diesen Koloss mal an. Der ist hier größer als ich. Das ist auch leicht. Ja, wir befinden uns gerade hier auf dem Weg zum Media Markt. Und was machen wir da, Paul? Ja, wir kaufen etwas. Ich muss das denken. Paul, wo sind wir gerade? Im Media Markt. Im Media Markt? Ist das dein Ernst? Mhm. Im Media Markt? Mhm. Paul, stell dir mal mal die Maus hier vor. Ja, also ich hätte gern genau die hier. So, was haben wir denn hier? Was fehlt denn hier? Der Nano Receiver, der ist weg. Sprich, du kannst ihn nicht benutzen. Ja, und Batterie fehlt. Paul, kannst du mir kurz mal das Tablet hier vorstellen? Ja, also das hier. Gutes Gehäuse. Voll Metall. Aber das Touchscreen fehlt leider schon, deswegen funktioniert es nicht. Also hier sieht man den Kühler. Hier wo Paul. Ja, hallo. Kripo Köln hier. Mit wem spreche ich? Ja, und es liegt hier ein Pfeil vor. Wir haben eine Leiche gefunden und äh... Hallo? Ja? Pizzaservice. Scheiße, ey. Also ich möchte doch selbstiert werden. Nein? Nein. Lässt es nicht zu? Der Fetzer kauft sich gerade ein T-Shirt. Paul? Ja, dahin ist ja schon Platz. Dahin wohne ich hier... Siehst du, dieses eine Stück Blech, das war eine Waschmaschine. Muss ich konkreter werden. Also dahin wohne ich. Jetzt wisst ihr wo ich wohne? Ja. Das liegt bei einer Waschmaschine.